Moin zusammen, wir freuen uns auf den 32. Spieltag und eventuell die ersten Entscheidungen im Abstiegskampf. Aber noch viel mehr freut ihr euch natürlich auf unsere Tipps. Also, hier sind sie. Wir fangen an mit Hoffenheim gegen Hannover. Hoffenheim ist so ein bisschen die Mannschaft der Stunde und bei Hannover könnte auf einmal der Sportdirektor die Flucht ergreifen und am Saisonende nach Wolfsburg wechseln. Das gibt einen Sieg für Hoffenheim. Wir machen weiter mit dem ersten Kellerduell. Freiburg gegen Köln. Die Freiburg haben zuletzt gegen die anderen Kellerkinder Wolfsburg, Hamburg, Mainz allesamt verloren. Scheint denen also nicht so zu liegen. Deswegen glaube ich, das gibt einen Sieg für Köln. Wir machen weiter mit Schalke gegen Gladbach. Die Schalker wollen unbedingt den nächsten Schritt Richtung Vizemeisterschaft machen. Wäre ein Riesenerfolg für Domenico Tedesco in seiner ersten Saison bei Königsblau und ich glaube, Schalke gewinnt gegen Gladbach. Dann haben wir Bayern gegen Frankfurt. Natürlich ein besonderes Spiel. Niko Kovac spielt vor seinem neuen Arbeitgeber vor. Der will sich natürlich aus Frankfurt gut verabschieden. Ihnen geht ja auch noch um was. Und zum anderen will er bestimmt den Bayern zeigen, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Ihn zur neuen Saison als Trainer zu verpflichten. Und deswegen glaube ich, Frankfurt holt ein Unentschieden bei den Bayern. Dann haben wir Hertha gegen Augsburg. Hertha mit gut Schwung. Zwei Siege in Folge und ich glaube, die machen da weiter Sieg gegen Augsburg. Dann haben wir Keller-Duell Teil zwei. Wolfsburg gegen Hamburg. Die Paarung gab es in der letzten Saison am 34. Spieltag. Das große Abstiegsendspiel. Damals hat Hamburg Wolfsburg in die Relegation geschossen, eben gewonnen. Und ich glaube, das tun die dieses Mal auch wieder. Dann haben wir Leverkusen gegen Stuttgart. Bayer mit einer derben Klatsche am letzten Spieltag gegen Dortmund 0 zu 4. Aber ich glaube, jetzt sind sie wieder erholt und gewinnen gegen Stuttgart. Dann haben wir Mainz gegen Leipzig. Den roten Bullen geht zuletzt so ein bisschen die Puste aus. Es gibt auf einmal Gerüchte um Rangnick, dass er neuer Trainer bei Arsenal werden könnte. Und auch Ralf Hasenl ist nicht mehr ganz so sicher im Sattel. Deswegen glaube ich, viel Wirbel und deswegen nur ein Unentschieden gegen Mainz. Und dann haben wir noch Werder gegen Dortmund. Werder ging zuletzt so ein bisschen die Ergebnisse abhanden. Und Dortmund flackert wieder so ein bisschen auf Sparflamme. Haben vielleicht noch Chancen auf Platz zwei. Und deswegen glaube ich, das gibt einen Sieg für Borussia Dortmund. Und das waren unsere Tipps für den 32. Spieltag. Viel Spaß mit den Spielen.